Wir haben ihn nur leicht noch kläffen gehört. Wir sind spazieren gewesen, hatten den Hund schon bellen gehört und sind dann umgedreht, weil das Bellen anders wurde. Ich bin dann mit meinem Hund hier runter und dann haben wir ihn da unten schon vorgefunden. Sie hat dann bei meiner Mama angerufen und ich war dann auch gerade da, hab das mitgekriegt und bin dann gleich hierher und erstmal da rein und gucken, ob er noch lebt und ein bisschen gestreichelt. Ja, wie wir ihn gefunden haben, war er ja auch schon eisig kalt. Ja, klar. Richtig, er war ja nur noch am Halbbellen. Ja, am Winseln, also Jan kam war nur noch am Winseln. Ja, so gerade. Moin. 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 Jungenein. Und hier im Weg, die hier spazieren waren, haben wir ihn da gefunden, weil er da ja rumgejault und sowas, aber der ist auch ja Schachmatt. Ja, der ist auch. Aber, oh, schön. Kerli. Wenn ihr wollt, die Sucht habt, ist ja alle Fehl auch weg. Komm mal, wir weg. Und dann alles abgeliebt. Ja. Hallo, Sucht. Bundesstraße, was? Ich bin hier in Heilstrat mit Ratschlohn. Ah, da. Ich bin hier in Heilstrat mit einer Busse, so wie das hätte kommen können. Hier unten auch hier. Und dann da mit einer Drei hin. Und in Heilst, Heilst kann ich sowieso nicht mehr gehen. Hier alle aufgesucht. Ja, in Heilst bin ich auch noch was. Nichts von. Ja, wir haben aber eigentlich gedacht, weil er... Ja, aber er hört ja, weil er auch nichts mehr hört. Ja, ja. Ja. Wir haben eine, wir haben ein bisschen an Mutmaßen, dass sie ihn unter dem Auto kriegen haben, weil er hört ja nicht mehr. Ja. 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 Ja, der hat ja auch sicher vier Tage nichts gefressen und kann ja auch nicht. Nein.